Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Robert Koldewai, Babylon Zum Prolog Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine ausführliche Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Robert Koldewai vor und die Entdeckung und Rekonstruktion des alten Babylon. Dr. Hans-Jürgen Alexi Robert Koldewai, das alte Babylon, zunächst zur Biografie. Robert Koldewai war Architekt und Bauforscher und setzte Standards am Beginn der wissenschaftlichen Archäologie. Er rettete eines der sieben Weltwunder des Altertums, nämlich die verschütteten Stadtmauern von Babylon. Er rekonstruierte diese und das nördliche Stadttor, das berühmte Ishtar-Tor. Hier im Bild ein schöner Ausschnitt daraus. Hier im Bild Robert Koldewai bei der Arbeit im heutigen Irak. Robert Koldewai wurde am 10. September 1855 in Blankenburg im Harz geboren und starb am 4. Februar 1925 in Berlin mit 69 Jahren. Die Eltern waren der Zollbeamte Hermann Koldewai und seine Frau Doris geborene Kupfer. Ein Onkel von ihm war Polarforscher. Nach dem Gymnasium in Braunschweig und dem Umzug der Familie nach Altona mit dem Abitur 1875 arbeitete er zwei Jahre als Lehrling im Baugewerbe. Koldewai begann dann mit dem Studium der Architektur, Archäologie und Kunstgeschichte in Berlin, Wien und München. Nach dem Abschluss 1881 arbeitete er als Regierungsbauführer in Hamburg. Es folgten erste Forschungsreisen, so 1882 und 1883 bei einer amerikanischen Ausgrabungsexpedition bei Troja. Hier ein launiges Bild von einer Pause mit der Wasserpfeife aus dieser Zeit. Und 1885 für das Deutsche Archäologische Institut auf Lesbos. 1887 erfolgten Voruntersuchungen in Mesopotamien, das sein Schicksalsland wurde, und 1890 und 1894 die Beteiligung und Ausgrabungen in der Türkei. 1892 und 1894 bereiste Koldewai mit Otto Puchstein unter Italien und Sizilien. Ihre vorbildlichen Beschreibungen, hier im Bild eine typische Zeichnung Koldewais, und die Vermessungen der dortigen griechischen Tempel sind ein Standardwerk bis heute. 1897 und 1898 reiste Robert Koldewai erneut ins Zweistromland, nach Mesopotamien, in den heutigen Irak, um geeignete Ausgrabungsorte für die 1898 neu gegründete Deutsche Orientgesellschaft zu finden. Neben anderen Stellen wurde Babylon als Grabungsort ausgewählt, weil Koldewai mit den farbigen, glasierten Reliefbruchstücken, die die Jahrtausende überdauert hatten, sowohl die Museumskommission in Berlin als auch den an Archäologie interessierten Kaiser Wilhelm II. beeindruckte. Was wir bei diesem schönen Relief von der Prozessionsstraße auch nachvollziehen können. Am 26. März 1899 begannen die Ausgrabungen von Babylon, die für fünf Jahre geplant waren. Hier im Bild ein Eindruck vom Beginn der Freilegungen. Mehr als 200 Menschen arbeiteten jeden Tag 15 Jahre lang. Sie endeten erst 1917 durch den Einmarsch britischer Truppen in Bagdad. Robert Koldewai leitete daneben noch weitere Ausgrabungen in Assur und Uruk, die nur durch drei kurze Urlaubsaufenthalte in Deutschland unterbrochen wurden. Robert Koldewais Bücher zeigen Talent im Zeichnen und im Schreiben. Er war konsequent und sehr diszipliniert in der Arbeit. Er hatte auch besonderen Humor, wie es auf diesem Foto vor seinen Schätzen in Babylon durchschimmert. Unter anderem zeigte er einer bibelfesten englischen Touristengruppe ernsthaft ein tiefes Ausgrabungsloch als Daniels Löwengrube. Koldewai blieb unverheiratet und kinderlos. Nach der Rückkehr 1917 arbeitete er als Kustos, also als Verwalter oder Ausstellungsgestalter, für auswärtige Angelegenheiten der Berliner Museen und bei Ausgrabungen auf Rügen. Robert Koldewai starb nach längerem Leiden, welches auf die Strapazen der Ausgrabungszeit im Orient zurückgeführt wurde, mit noch nicht 70 Jahren in Berlin 1925. Er erhielt ein Ehrengrab der Stadt Berlin in Form eines Ziggurates, hier auf dem Bild durch die Bewachsung schlecht zu erkennen. Die Koldewai-Gesellschaft wurde 1926 unmittelbar nach seinem Tod gegründet und besteht bis heute als Vereinigung für baugeschichtliche Forschung. In Deutschland und in vielen anderen Ländern verfolgte man mit Interesse und Staunen das Wiedererstehen des alten Babylon aus Sand, Staub und Vergessenheit nach Jahrtausenden inklusive des begeisterten Kaisers. Hier ein leicht vergilbtes Bild aus dem Jahre 1914, das zeigt unter welchen Mühen die Ausgräber gearbeitet haben müssen, um die meterdicken Schichten aus Sand und Staub zu beseitigen, unter denen die Schönheiten des Altertums begraben waren und von der einheimischen Bevölkerung über Jahrtausende vergessen worden sind. So sahen sie aus, die Weltwunder der Vergangenheit, das Ischstatur und die Mauern von Babylon, als sie nach einem Dornröschenschlaf von 3000 Jahren wiederentdeckt und befreit wurden und der staunenden Welt zugänglich gemacht wurden. Robert Koldewais' Logistik der Ausgrabungen, seine systematische Methodik und die Dokumentation der Fundstücke und ihrer Lage gelten bis heute als vorbildlich für die moderne Archäologie. Er fand und rekonstruierte die große Prozessionsstraße von Babylon, die auf das Ischstatur zulief, hier im Modellbild, die angrenzenden Stadtmauern und auch die Paläste Nebukadnezars. Diese Prachtstraße wurde von den assyrischen Königen für Prozessionen und Prunkaufzüge genutzt. Hunderte von wunderbaren Reliefs aus glasierten, bunten Ziegeln stellen im Thronsaal, am Ischstatur und an beiden Seiten der Prozessionsstraße schreitende Tiere dar, hier im Bild zu sehen. Die Löwen stehen für die Göttin Ischstatur, die wichtigste babylonische Göttin, zwiespältig zuständig für die Liebe und die Armee. Die Stiere sind die Symboltiere des Wettergottes Adat oder Hadat. Die schlangenähnlichen Fabelwesen stellen Mushushu oder Sirus dar, gesprochen vermutlich Mushushu. Sie sind giftspritzende Torwächter und stehen für Marduk, den Stadtgott und später Reichsgott Babylons. Bei dem Ischstatur, hier im Bild als Modell, handelt es sich um ein prachtvolles doppeltes Stadttur mit einem Teil der Stadtmauer, welche bereits zu den sieben Weltwunder der Antike gezählt wurde. Es ist das von Nebukadnezar II. erbaute nördliche Stadttur. Robert Koldewey fand auch die Fundamente des im Alten Testament erwähnten Turmes zu Babel. Der Turm zu Babel war nach vielen Wechselfällen der Geschichte eine Ruine und wurde von Alexander dem Großen bis auf die Fundamente abgetragen, um ihn später wieder aufzubauen. Ihm wäre es sogar zuzutrauen gewesen, sein früher Tod verhinderte es. Die heutigen Fundamente mit 90 Metern Kantenlänge sind hier im Luftbild zu sehen. Das Vorbild für den biblischen Turm zu Babel war wahrscheinlich der Ete Menanki, das Haus des Himmelsfundamentes auf der Erde. Die größte Ziggurat, das ist ein abgestufter Tempelturm des Reiches, die vielleicht schon seit Hammurabis Zeit, also 1700 vor Christus, in Babylon stand. Sie war dem Stadtgott Marduk gewidmet. Die Berichte und Darstellungen zeigen einen stufenförmigen Turm mit sieben Stockwerken und breiten Treppenaufgängen, der auf der obersten Plattform von einem Tempel gekrönt wird. Diese neuere Rekonstruktion hier im Bild ähnelt einer Zeichnung Koldeweiß von 1919. So sieht ein Ziggurat oder Ziggurat aus, hier eine Rekonstruktion aus der Stadt Ur. Das sind also abgestufte Tempeltürme, außen mit Backsteinen und innen mit Lehmziegeln. Und so können wir uns immerhin die unteren Stockwerke des Turms von Babel von dieser Ansicht her vorstellen. Die hängenden Gärten der Semiramis, die immer zusammen mit den Stadtmorden von Babylon als eines der sieben Weltwunder der Antike bezeichnet wurden, also diese hängenden Gärten in der Nähe der Paläste, konnten von Koldewey und auch folgenden Archäologen nur vermutet, aber nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Es handelte sich um eine aufwändige, assyrische Gartenanlage von 120 Metern im Quadrat und bis 30 Meter Höhe, neben dem Palast unmittelbar in drei Etagen mit 5 Metern Terrassenhöhe und mehreren Schichten mit unterirdischer, aufzugartiger Wasserführung. Hier im Bild eine künstlerische Darstellung aus dem Barock, die sehr schön, aber sicher unzutreffend ist. Wir sind eben Kinder unserer Zeit. Hier im Bild eine besonders fantasievolle Darstellung der hängenden Gärten der Semiramis, sowie im Hintergrund übrigens der Turm von Babylon. Der genaue Zeitraum der Gartenanlage ist unklar. Zugeschrieben werden sie dem asyrischen König Nebukadnezzar II. um 640 bis 562 v. Chr. für seine Frau, die Königin Semiramis, der griechische Name, oder Shamuramat, die asyrische Form, weil sie Heimweh hatte und die grünen, hügeligen Wälder ihrer medischen, heute persischen Heimat vermisste. Auf die Bewohner dieser trockenen Wüstengebiete muss ein blühender, bewässerter Garten wie ein Wunder, wie der Garten Eden der Bibel, gewirkt haben. Das Bild zeigt die beeindruckende Rekonstruktion eines Teiles der Fassade des Thronsaales des Palastes, wie sie heute wieder im Pergamonmuseum auf der Museumsinsel in Berlin zu bewundern ist. Robert Koldeway sandte regelmäßig Funde nach Berlin, musste jedoch den größten Teil bei seiner Abreise 1917 zurücklassen. Nach langwierigen Verhandlungen mit der Verwaltung des 1921 neu gegründeten Irak und nach einer Fundteilung wurden 1926 noch einmal 400 Kisten mit glasierten Bruchstücken von Ziegeln nach Berlin gesandt. In einem jahrelangen Prozess der Aufarbeitung und Zusammensetzung von Abertausenden von Bruchstücken der glasierten Ziegel entstanden schließlich im Pergamonmuseum auf der Museumsinsel unter der Aufsicht von Koldeways, ehemaligem Assistenten und damaligem Direktor Walter André 1875 bis 1956, das Ischtar-Tor und die Prozessionsstraße ab 1930 neu. Sie sind bis heute trotz der Kriegsbomben unverändert zu besichtigen, hier im Bild zu sehen. Das Grabungsfeld im Irak dagegen ist nach zwei Kriegen und islamistischen Zerstörungen weitgehend verwüstet, obwohl es zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinbildung und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern, und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Robert Koldeway, neugierig und kreativ waren und verschüttete Träume wiederbelebt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi Mattash